Hey, Johannes hier von NewGadgets.de und heute schaue ich mir das neue MSI Summit E14 Flip Evo an, ein 2-in-1 Convertible. Beim Summit E14 Flip Evo handelt es sich um ein flexibel einsetzbares Business Notebook, das auch als Tablet genutzt werden kann, denn wir können das Display um 360 Grad nach hinten klappen und wir haben hier auch noch einen Stylus. Schauen wir uns zuerst einmal das Display an. Das E14 hat natürlich ein 14 Zoll Display, MSI hat übrigens auch noch mit dem E13 ein kleineres und mit dem E16 ein größeres 2-in-1 im Angebot. Das Display hat eine Auflösung von QHD+, das sind dann 2800 x 1800 Pixel und somit haben wir hier ein 16 zu 10 Format. Wie bereits erwähnt unterstützt es auch einen Stylus, der auch im Lieferumfang ist, damit können wir dann unterwegs Notizen und Skizzen machen. Über dem Display haben wir hier die Full HD Webcam mit Infrarotsensor und was auch schön ist, die Webcam kann über einen Schalter am Gehäuse aktiviert bzw. deaktiviert werden. Wie für ein 2-in-1 Convertible üblich, können wir das Display hier um 360 Grad nach hinten klappen, um das Gerät dann als Tablet zu nutzen. Das ist dann auch praktischer, wenn wir dann eben mit dem Stylus Notizen und Skizzen machen möchten. Durch das Scharnier kann man das Summit E14 Flip Evo aber auch beispielsweise im Tent Mode nutzen. MSI hat hier natürlich auch wieder einige Konfigurationen im Angebot. Das hier von mir getestete Gerät verfügt über einen Intel Core i7-1280p mit 14 Kernen und bis zu 4,8 GHz Taktrate mit 16 GB LPDDR5-Rahmen und einer Intel Iris X Grafik. Ihr habt also für unterwegs genügend Leistung. Dazu gibt es für den Nutzer noch eine 1 TB M.2 PCIe 4.2 NVMe SSD und dank des 72 Wattstunden Akkus habt ihr hier auch eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und auch noch eine Schnellladefunktion. Das 65 Watt Netzteil, das ist auch schön kompakt, wie ihr hier sehen könnt. Die Tastatur ist ganz klassisch weiß beleuchtet und wir haben hier auch ein großes Touchpad mit integrierten Tasten. Außerdem haben wir auf der rechten Seite auch noch einen Fingerabdrucksensor zur Authentifizierung. Schauen wir uns auch einmal die Anschlüsse an. Auf der rechten Seite befindet sich ein 3,5 mm Audio Port, ein Micro SD Kartenleser, der Webcam Schalter, den ich angesprochen hatte und ein USB 3.2 Gen 2 Port. Auf der linken Seite haben wir dann einen großen HDMI Port und zwei USB-C 4.0 Thunderbolt 4 Ports. Von der Konnektivität her bietet das Notebook Killer Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2. Das Betriebssystem ist hier natürlich bereits Windows 11 Pro. Also mit 17,9 mm Dicke und einem Gewicht von 1,6 kg haben wir hier auf jeden Fall ein schön mobiles Business Notebook. Und das Schöne eben auch als 2-in-1 als Tablet einsetzbar und somit schön flexibel eben für verschiedene Einsatzmöglichkeiten, die wir unterwegs haben. Falls ihr Interesse am MSI Summit E14 Flip Ivo habt, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link mit der aktuellen Verfügbarkeit und dem Preis. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie doch gerne unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Hat euch das Video gefallen? Dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal aktiviert und die Glocke abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal!